Nice! Die einzige Bewegung, die du machst, ist Abwärtsbewegung. Das andere geht automatisch. Das ist der Drop-Bounce. Das ganze Leben hatte ich einen Gang. Aber ich habe keine Patronen. Nicht keine Tonalität. Auch in das geht es nicht. Das heisst, dort ist der Bach an die Grenze gekommen. Mit seinem System. Nicht schlank, nur weislich. Ich hatte mal lachen. Und dann würde ich nicht schlank. Alles klar? Genau das. Nicht schlank. Entschlägern Gods. Untertitelung des ZDF, 2020